Hallihallo liebe Leute, es geht weiter mit Stronghold Crusader. Ja, wir haben unsere Burg soweit eigentlich gut abgesichert. Es ist halt wieder ein bisschen mit mir durchgegangen. Also ein bisschen übertrieben, die Absicherung. Nichtsdestotrotz werde ich das, glaube ich, hier oben sogar offen lassen. Ich habe gar keinen Grund, da jetzt irgendwie gegenzuarbeiten. Ähm, ich setze hier noch mal eine Mühle hin, weil ich merke, wir haben noch ein bisschen zu viel Weizen da, was verarbeitet werden kann. Und den Marktplatz verkaufe ich jetzt auch noch mal kurz das Eisen. Wie der Falke den Hasenjagd, so werde ich euch jagen. Ihr habt nicht genügend Füter vor. Joa, wie mache ich es jetzt am besten? Also ich kann es mit Mäuchelmördern versuchen. Was mit Sicherheit nicht völlig verkehrt wäre. Weil die keine Ambuss-Schützen haben. Also ich glaube, ich versuche es tatsächlich mal mit Mäuchelmördern. Bei allen Heiligen, ihr kämpft gut. Zu gut, richtig. Ich glaube, ich versuche es dort. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ich könnte es auch mit, ähm, Streitkolbenträger machen. Und, äh, mit einem Belagerungsturm. So würde ich es wahrscheinlich machen, wenn... ...wenn der Armbrust-Schützen wären. Also gegen den Wolf zum Beispiel würde ich das nicht mit Mäuchelmördern machen. Aber hier, denke ich, kann ich das machen. Allerdings brauche ich mit Sicherheit 300 Stück davon. Kostet nur 60 Gold. Also hält sich sogar wirklich in Grenzen. Das nervt mich, dass der Kornspeicher voll ist. Jetzt haben wir ihn mal leer gekauft. Und dann gucken, wie lange die brauchen, den wieder zu füllen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden, es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Die haben wir noch lange nicht genümmt. Ja, ja. Ich muss mir dann auch gleich einen raussuchen, der möglichst wenig... ...über wenig Ressourcen verfügt. Über wenig Einheiten. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Die haben halt beide nicht wenig Gold, ne? Ach, auf die Thematik. Oder was sie auch immer sagen. Das heißt, es ist Blau dran. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ich brauche mehr. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Was sagt denn die Nahrungsmittelproduktion? Ja, sie geht langsam vorwärts. Obwohl es ein bisschen Mühe kostet hat, bis sie sich wiederholt hat. Wie viel habe ich jetzt? 214. Ich will trotzdem auf 300 erhöhen. Wie der Falke, den Hasen jagen. So werde ich euch jagen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. 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 Haben Ambus da eher eine höhere Reichweite als die Bogenschützen? Es werden Rekruten benötigt, Sire. 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 Habe ich jetzt genügt? Ah, nicht ganz. Ich verprache jetzt erstmal noch mal eine Ressourcen hier. Ah, der Eisenhanger, das ist... schon ein bisschen absurd. Habe ich jetzt genügt? Ja. So. Warte, nochmal. Der Gerechte. Na, der hat gerade angegriffen, oder er greift... Er hat schon wenig Einheiten, ne? Jetzt werden die Einheiten sinken. Nur so ein weniger werden. Drei. Ich weiß nicht, von wo die jetzt überall... Eine Nachricht von Saladin. Diese Situation scheint wirklich gedenken. What the fuck? Das Feuer macht mich fertig. Das gesehen, das ganze Feuer hat mich total... ...fertig gemacht. Scheiße! Scheiße! Fuck! Ja, gut. Dann machen wir es jetzt mit Streitkolben. Wir können doch uns zählen, gehen wir. Wie können wir... Hat ja keinen Sinn. Ich dachte, es funktioniert. Hat es aber nicht. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. 100. 100 müssen reichen. Ja, ja. Ja. Es werden Rekruten benötigt... ...ja. Ja. Er hat sich aber nicht erholt. Haha. Weil es immer noch brennt. Ja. Ja, ja. Seine eigene Butze in den Land gesteckt. Also war mein Angriff doch erfolgreich. Weil alles brennt. Was kommt davon, wenn man hier die ganze Zeit mit den scheiß Feuerwerfern rumspielt? Selber Schulze hab ich mal. Mistkerl. So. 101. So, jetzt geht's los, Leute. Dann setzen wir mal hier ran. Sturmbock, bereit, mein Loch. Kein Problem. Ja, hör. Warum bin ich da nicht hochgekommen? For fuck's sake, das hat nicht funktioniert. Ich darf mein Volk nicht enttäuschen. Bewegung, na los. Auf. Eine Nachricht von Saladin. Ich bin nicht geachtet. Wenn ihr eingegangen oder seid, sollt ihr leben. Klein wird durch Kamelze. Sturmbock, bereit, Ballon. Alles. Guck schon, macht das Ding kaputt. Eine träg dich auf, alles. Jetzt kommen sie hier hoch. Jetzt kommen sie hier hoch. Bewegung, na los. Auf ins Getümmel. Bewegt euch und wir haben keine Chance. Bewegt euch und wir haben keine Chance. Das ist wahre Macht. Wie soll das gehen? Ja, ich seh's. Ja, da muss ich mir jetzt gleich mal eine Strategie überlegen, wie ich den jetzt gleich besiegen werde. Wir haben nicht genügend Güter. Auch viel zu viel Holz und viel zu viel mehr. Ich denke, ich werde jetzt hier noch ein bisschen Beliebtheit steigern. Weil das ja auch die Angriffsmoral erhöht der Einheiten. Und da ich ja nicht so der Stratege bin, sondern vielmehr der Draufgänger. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Das Volk liebt euch, mein Lord. Das Volk liebt euch, mein Lord. Das ist plus zwei Angstdoktor. Da muss noch ein bisschen mehr gehen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ich brauche hier einfach alles voll mit diesem Blumendreck. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Das ist jetzt wenigstens nur noch ein Saladin, den ich erledigen muss. Den ich aber wirklich nicht zu lange jetzt wirtschaften lassen darf. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Oder 218 Einheiten und 8200 Gold. Wenn das mal nicht schon zu spät ist. Gold fließt in die Schatzkammer. Gold fließt in die Schatzkammer. Gold fließt in die Schatzkammer. Das Volk holt dich voll. Ja. Ein erträglicher Außerlust. Der hat hier ziemlich viele Mangen. Und das macht es mir in einer gewissen Art und Weise problematisch. Weil ich so nicht genau weiß, wie ich das jetzt hier am besten mache. Weil die Mangen ist nervig wegen einem Belagerungsgerät. Wisst ihr, was ich mal mache? Ich mache erstmal eine erste Grundattacke. Und stecke einfach sein Zeug in Brand. Und ruiniere ein bisschen seine Wirtschaft. Also was keinen Sinn macht, sind die Mäuchelmörder. Denn sie sind nicht nur anfällig gegen Armbruststützen. Nein, sie sind auch anfällig. Sehr anfällig gegen Feuer. Das haben wir ja gesehen. Ich glaube gerade kann ich nicht mal mehr Gold ausgeben, als ich tatsächlich im Monat durch die Steuern bekomme. So. Achtet mal unten rechts drauf. Vielleicht steigt es wieder. Ja. Wieder. 800. Gleich wieder. Zack. 900. Seht ihr? Ich kann im Moment nicht mal so viel Gold ausgeben. Wuppe Murna. Wuppe Murna. Wuppe Murna. Ein erträglicher Outfallist. Da müssen wir mal schön steuern. Ich weiß nicht, ob das reicht, weil er hier direkt die Löscher hat. Oh, schön, es ist nach unten geschlagen. Sehr schön, hat funktioniert, so will ich das sehen. Das kostet ihn jetzt auch richtig bald. Ich hole mir jetzt auch mal welche von den Pferdereitern. Damit werde ich denen auch mal ein bisschen fettisch machen. Kosten übrigens genauso viel wie die Löscher nur. Brennt es eigentlich noch? Noch mal ein bisschen. Liebe Leute, ich mache an dieser Stelle jetzt auf jeden Fall erstmal einen Cut. Wir hören uns, wenn ihr wollt, morgen wieder. Beziehungsweise bei der nächsten Folge, ich weiß nicht, wann die kommt. Und ja, bis dahin, macht's immer gut. Ciao.